Eisenschutz geben ohne unseren Eis nicht meinen Leo in die Sonne umgekehrt zu ihm die und es ist vorlieger muss es jetzt sein Naja Sachsen und ich habe so wenig Rüstung ohne Scheiß ich halte ich halte drei Schläge mit euren Schwertern und so um auch warte ich kann nicht löschen, komm her kann ich direkt Boah, dann kann ich lieber anziehen Nein! Lukas, hör jetzt auf! Ich mach doch gar nicht, ich stehe doch hier nur was kommt hier rein in den Raum? Gästezimmer vielleicht Oh fuck, sorry Momo Geld ab dem Snack Er kann es auch noch haben Leute, das kannst du nicht haben Ne, schreit Guck mal, meine Türme Ah ne, ich geh gar nicht hoch, dann schwimmst du nicht runter Ich meine, ich geh da auch hoch Lass mich nicht Gäste Bongo ist, wir sind aber in der Ocken Wir sind aber in der Ocken Wir sind aber in der Ocken Die kleinen Bongo ist Aber das hier muss doch noch weg, oder? Was? War das jetzt nicht so? Hey, was denn? Na hier, guck mal Ich hab das jetzt glaube ich richtig gemacht Nein! Das ist es gut gemacht Das sieht voll scheiße aus Ne, halt, jetzt musst du doch hier auf Ja, das Dach ist doch nicht fertig von dem zweiten Turm Von dem zweiten Turm? Was hast du denn? Nichts, falls aber das Bongo bei Loll Hä? So müssen wir jetzt nachgehen, müssen wir zum Schlafen liegen Ah ok Wir sind ja wieder nach Hause Ne, komm, wir machen es ganz anders Komm mal hier mal hin, Lukas Hä? Eins hoch Hey, das sind meine Betten Also ich hab ein Bett Ich auch Ok Ok So, lol Jetzt ist mein Minecraft wieder abgeschmiert Direkt zur Strafe Mann meine Schwerdiere, ist so ne Ist so ne Kack Das, das deprimiert mich wieder voll, so ne Scheiße Ja, aber so Rückschläge muss man akzeptieren Ja, was meinst du, wie übelst denn wir abgefuckt waren? Die ganze Zeit, das macht Monopole Die ganze Zeit, das macht Monopole Die ganze Zeit, das macht Monopole und auf einmal Ja, auf einmal war ein Fall Aber wir schätzen so alles so zeigen Wir hätten so oft auf die Resignierten gar nichts mehr Ja, ey, das Wir hätten die Witz auf den Sack kriegen müssen eigentlich Wir hätten, wir hatten nur, wir hatten nur noch Steinbrust Mann, Paul Leute, Paul ist unsichtbar Paul ist bei Leon, das bin ich auch uns für Unsichtbarkeitsbrust Paul ist noch gar nicht unsichtbar Ich bin noch nicht beim Minia Mann, Paul Ey, was, was, Mann, Paul Lukas, was nimmst du denn die Sachen auf? Au, was haust du mich? Jaaa Wasser Ich war bei Gott, ey, ich kann's nicht mehr Hallo, jetzt gibt er mal meine Sachen wieder Das ist mein, meine, meine ganze, mein ganzes Zeug hier vorne Au, Lukas Schlickst du mich denn, Lukas? Oh, mein Spasschen Ich hab mir ein langes Schwert Ich hab mir ein langes Schwert Jetzt gib mir meine Sachen wieder Wurde ich dich angerissen, soll ich dich so Ich will einfach nur meine Sachen, meine Fresse Ja, warte, hier geb ich dir doch wieder an Hier tun sie in die Truhe rein Naja Äh Fick dich Lass dich doch mal meinen Plan ausführen Und so Hast du, hast du mich gehaunt, ne? Hast du mich gehaunt? Nein, hat er nicht Leo, komm her Na, na so Worte ich mal so viel mehr Sachen hier oben Warte jetzt, die Lukas, du hast dich schon wieder aufgenommen Ja, ich will's doch gehen, alter Alter, wie die, wie die Wiii Sorry Na, mit Bogen kann ich's mir nicht verkneifen Man, zwei gegen eine ist echt unfair Ja, ich weiß, aber ich lieb es mit Bogen zu schießen Außerdem bin ich doch wohl auf deiner Seite grad nicht gewesen Wie liebst du es mit Bogen zu schießen? Ja, Mama, schießt denn auf mich, wenn du auf meiner Seite bist Ja, weil's mit Bogen schießen Spaß macht Oh, Mann, mein Inventar ist so voll Naja, du bist auch voll Warte Hallo, lass doch mal Mann, ich hab dir ne Kartoffeln gepflanzt Der hat die ins Wasser geschmissen, die Ratte. Du Face-Tampon, Junge. Ich hab Samen. Jetzt müsste er wieder trollen, wa? Bei dir liegt es auch viel im Wasser. Weißt du, nur weil du eine Diamantrüstung hast, wa? Ich hab keine Diamantrüstung, ich hab eine Eisenrüstung. Im Arsch. Dann komm her, Junge. Oder ein Diamant-Harmisch auf einmal. Ich weiß nicht, wo er den her hat. Ey, dein Ding liegt im Wasser. Er will mich töten. Fuck. Er will mich töten, Paul. Ne, ich will dich nicht töten. Ich würde ihn nur verschlagen. Ich wollte nur ein paar schlagen, Junge. Ein paar schlagen, Junge. Komm mal schlagen. Hallo, ich baute jetzt noch viele Bücherregale. Ist mir egal. Ist das mein Problem? Ich kann es aber alles mitnehmen. Hier, kann ich noch mal hier. LoL, Double Headshot. Oh, Leo zieht es aber auch nicht durch. Ne, sonst profiziere ich wieder alles möglich. Ich hab da, hab ich keinen Bock drauf. Ich mach dann aber nicht mehr. Jetzt, wo ich alles wieder aufgebaut hab, hab ich keinen Bock drauf. Na ja, soo, jetzt misch die Kiste wieder aufbauen hier. Da mach ich halt schnell einen auf die Schweiz. Mann, wir schießen. Haha. Mit Bogen schießen kann ich mir aber wirklich nicht verkneifen. Ich finde es so lustig. Dann schieß ich erst noch bei mir. Jetzt hab ich nicht mehr was zu essen, um meinen Dingspunkt zu hinterher zu stellen. Das ist jetzt die Gelegenheit, um mich zu töten. Nein, bleib doch mal stehen, du Affensohn. Achso, nein, du hast den. Mann, ich hab hier noch Melonen drin. Aua. Das wär zu lustig gewesen, wenn ich Darmut getötet hätte. Ne, ne, so schlimm ist es aber nicht. Alter, was machst du denn? Alter, was machst du denn? Was wehst du denn jetzt eigentlich von mir? Wann haust du denn jetzt auf die Fresse? Du, weil ich ihm da sein komisches Zeug in den Fischmau, Alter. Mann, er ist nicht nur sofort anfangen zu brennen. Au, wie machst du denn schon wieder von Brennung hier? Ich glaub, ihr habt noch Zeug von mir, ja. Ey, liegt überall noch Zeug von mir rum. Ich hab diesmal keins mehr. Ach, Kinder, das ist schon echt anstrengend. Ich bin voll der geile Busch mit. Das ist ein Fischmied, der Hocker, der Hocker hat. Boah, ich zieh schön in den Lauf reingehört. Das leckt bei mir voll. Au. Das ist mein Fall, ich hab gesnackt. Ich brauche einen Supporter, ich brauche einen Supporter. Nein! Das war ein Scherz! Fickt euch! Ey, Leo, mach mal den Versorger, ich brauche Pfeile. Warte, Pfeile? Ich hab keine Pfeile. Scheiße, das wird echt geändert. Mann, der hat irgendwie falsche Munition gebaut. Ey, komm, dann schieße ich jetzt mit Melonenkern doch. Warte. Warte. Was sind die denn da raus? Warte, ich will sie wieder zurück. Ich schieße mit Melonenkern. Aua. Mein Gott. Ich lasse es nicht. Nein. Lukas. Reicht jetzt hin. Ich kann hier auch nicht zusammenreißen. Oh, jetzt hab ich außerdem ein bisschen was von deinem Obst weggeschwemmt. Tut mir leid, Lukas. Ey, Leo. Ja, boll ich halt wieder auf. Hab ich die noch sahen denn? Scheiße! Hallo, was soll denn das jetzt hier? Fangen wir jetzt schon wieder an wie früher an, oder was? Lukas, was machst du da? Ich kann ja. Ich hab Lust dazu. Ich kann's halt. Oh! Shit! Jetzt hab ich Leo getroffen! Ich kann schon weiter, aber ich ertränke mich. Machen wir. Mann, die Tür ist jetzt weg. Meine Tür ist jetzt weg. Ich krieg die Tür wieder her, Lukas. Loll. Hey, wo bist du hin? Eigentlich wollte ich spannen, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass ich nur... Eigentlich wollte ich spannen. Was daneben geschossen? Ja. Jetzt treffen wir mal. Was willst du eigentlich, Paul? Ich würd... Was ist denn eine Diamant-Axt? Nein, das ist eine Eisen-Axt. Mann, ich will meine Tür wieder haben. Mann, oh. Ich hab die ja in meinem Tal, Loll. Warum ich die in meinem Tal? Was machst du da, Paul? Ich kack dir... Lass das immer noch nicht aufgebaut werden. Ich kack dir in die Kiste. Was sind das für Sounds, Alter? Ich probier Kacken zu simulieren. Du mein Scheiß. Das klappt ja hier gar nicht, wa? Da oben stehst du. Ja, das ist unsichtbar. Mann, das liegt ja nicht schon wieder. Oh. Boah. Jetzt kommt Lukas schon wieder an hier. Du bist eigentlich... Du bist eigentlich... Wir sind deine Statue. Ja, dann sicher nehmen wir doch auch. Wir sind die Statue. Warte mal, warte mal. Ich richte mich jetzt mal halb. Ich bin so ein Gargoyle. Na, das ist schon so aus. Was? Wir müssen jetzt beide... Was meine Mutter, hä? Was meine Mutter, hä? Hä? Du Einsiedler. Weil dem jetzt wirklich... Aua, warum krieg ich ihn mal auf die Plaste, Alter? Leute. Oder ist das ein Ozelot? Wo? Hä? 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 Kann ich mal ihn töten. Der schöne Ozelot, ey. Ach, wo ist denn da irgendeine Ozelot-Familie? Ich hab irgendwie voll Bock, dich jetzt zu töten. Lass dich mal suchen. Die muss ich dir doch irgendwo haben. Findet ihr nicht. Ey, halt auf. Willst du eigentlich Lukas? Aua, er haut mich immer... Oh, ich sterbe. Ja, wenn du mich haust, dann haut Paul mich nämlich. Weil Paul nämlich ein guter Kerl ist. Ey, Paul ist ein voll scheiß Kerl. Ich fand's ja grad einfach richtig... Komm, wie sich immer ans Wasser verzieht, wenn er brennt, ey. Ich suche jetzt diese scheiß Ozelot-Familie. Ey, jetzt weißt du mich nicht. Okay, hab mich gesehen. Ey, man sieht dich wirklich nicht, wenn du dich im Wasser duckst. Ich bin Nini, Alter. Ich bin Nini, Alter. Und tschüss. Was machst du da, Paul? Ich suche die Ozelot-Familie. Ja, die ist nicht... Mann, Paul, ich hab doch keine. Achso, die ist nicht hier. Nee, ihnen hat er noch gesagt, die ist nicht hier. Und dann wollte er es verbessern und auch... Ich hab keinen. Hä, in die Ecke. Wir verhören dich jetzt. Hör dich. Warte mal. Ich hab Glück, dass wer noch eins schlägt mich bestimmt. Ja, das ist richtig.